Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play zu PokéPakui Pikachu Sposes Art. Ja, ich muss die Scheiße leider immer noch spielen, denn ihr habt dafür gewartet. Aber gut, genug mit dem Mimimi. Ich mach jetzt weiter. Hier ist unser Türsteuer Glybunkel und der hat uns jetzt endlich die Tür aufgemacht. Glybunkel! Ja, ja, du sagst es. Er hat uns extra die Tür aufgemacht zu dieser Floor, dem Chef der Grünzone, dem dicken Don. Und ich bin mal gespannt, was uns da drin in dieser Brotte erwartet. Oder auch nicht. Durch das Tor gehen. Ja, sonst wäre ich nicht in Richtung Tor gelaufen. Mann, ey. Hm, draw me like one of your French girls. So, was haben wir denn jetzt hier? Okay, da ist ein Visafloor auf jeden Fall. Und dann Divir. Ja, du sagst es in Divir. Was steht denn da am Schild? Lianen hopp mit Visafloor. Schnapp dir eine Liane und springe so weit du kannst. Teilnahme über fünf Bären. Naja, die Bärung hier ist aber sowieso komplett für den Arsch. Pikachu, du bist gut und gut gekommen. Visafloor, Visafloor. What? Wer hat denn bitte Visafloor synchronisiert? Alter. Visafloor, Visafloor. Das muss heißen, BISAFloor. Was soll denn der Scheiß, Alter? Ich glaube, ich muss das Spiel mal wieder gut machen. Deswegen mache ich das jetzt anständig. Was willst du von mir? Wie? Ich soll Divir wieder freilassen? Dann bist du also hier, um deine Freundin zu hören. Hm. Nun hör mir mal gut zu. Ihr wart diejenigen, die zuerst gegen die Regeln verstoßen haben. Wenn ich jetzt kein Exempel statuiere, nehmen sich die anderen noch ein Beispiel an euch und verbreiten hier Chaos. Ja, natürlich. Herr der Fliegen und so. Wenn du Divir unbedingt zurückhaben willst, musst du zuerst den Mitstreit gegen die Aufseher dieser Tore, wie Blunkel und Habitag, gewinnen. Dann reden wir weiter. Oh nein. Das möchte hier Blunkel und das möchte hier Habitag. Visafloor. Danke, dass du gekommen bist. Ich wusste auch, dich ist Verlass. Aber Visafloor scheint gute Gründe für seinen Feind zu haben. Ja, er muss ja hier als Don in seinem Puff hier auch irgendwie die Leute bei Stange halten. Teil und Herrsche. Und deswegen dürfen die Leute nicht zusammen Spaß haben. Weil sonst können sie ja merken, dass Visafloor eigentlich voll unnütz ist. Und, ja. Ganz schön abgefuckte Scheiße. Na gut. Da muss ich jetzt also das scheiß Gli Blunkel und Habitag suchen. Ja, Mann. Ey, das geht mir jetzt schon auf den Sack. Wieso fragt mich das Ding jedes Mal, ob ich da durchgehen will? Natürlich will ich da durchgehen. Yo. Egal. Gli Blunkel. Wie, Visafloor möchte, dass du gegen mich zum Kampf antrittst? Dann hab ich wohl keine Wahl. Oh, dieser Schurkel. Dieser Spalter. Ich dachte, der hat gerade benutzt dieser Spalter oder hab ich mich verlesen? Mann, bin ich verwegen. Okay, jemand, der sagt, dass er verwegen ist, sagt bestimmt auch sowas wie Spalter. Willst du mit mir kämpfen? Na klar. Alles klar, dann lass es krachen. Ring frei. Ja, mach ich Kackflasch auf dir, ne? Du hässlicher Kackforsche. Bäm. Boah, habt ihr gesehen, wie mächtig ich ich bin, obwohl er mich hier angerotzt hat. Mit seinem Super Ace. Und das, wo ich dir doch die Bären zurück und sogar noch ein Zip gegeben hatte. Da ist ein bisschen Rücksicht doch wirklich nicht zu viel verlangt. Was? Das war eben nur die Hälfte einer wahren Stärke. Da kommt vielleicht sogar jedes Pokémon zurück, das nach einem starken Gegner zu suchen. Oh, was hier angeteasert wird. Ein starkes Pokémon. Na, Sichlor! Anscheinend ist genau das das Pokémon. Aber Sichlor ist geil. Sichlor ist tatsächlich eins meiner Lieblings-Pokémon. Auch wenn die Weiterentwicklung Xerox hammer hässlich ist, finde ich. Das würde von einem geilen Mantis, beziehungsweise einer Gottesanbeterin, zu einem hässlichen roten Hummer. Und das geht halt gar nicht. Aber gut, wo ist jetzt Habitak? Das muss ich auch abhauen. Umhauen. Wie? Wie ist das wohl, weil ich will, dass du einen Wettstreit mit mir ausdrehst? Oh, das sehe ich als Beweis. Also, wie siehst aus. Willst du dich an der Turmübung versuchen? Okay. Alles klar, auf in den Kampf. Diese Turmübung will ich zum Brei schlagen. Turmübungen sind eine Form der Wettstreit, bei der du dich unter Zeitdruckst, bis du deinem Gegner durchschlagen musst. Arbeite dich mit einem paar gezielten Sprung zu deinem Gegner vor. Lass dich nicht gleich entmutigen, sondern kämpfe bis zum Ende. Aha. Das war jetzt nochmal springen. Das war jetzt nochmal springen. Jump, jump, jump. Are you fucking kidding me? Alter. Boah, ey. Ich fühle mich plötzlich so klein. Ja, wenn du solche bescheuerte Scheiße als Wettstreit ansiehst, dann bist du auch klein. Im Gehirn und so. Ich habe, wie gesagt, bloß Vertrauen und nicht enttäuscht, aber nach Designinlage können wir eigentlich auch gleich Freunde werden. Oh, wie so ein Freund. Das ist ja toll. Ich will. Ich will. Oh nein. So. Wo ist jetzt Sichlor? Halt die Fresse. Halt die Fresse. Ich will. Sichlor zerstören. Vielleicht bekomme ich mit Sichlor das erste Mal einen ansatzweise Anspruchsfolge. Kampf. Aber ich weiß halt Hammer nicht, wo es ist. Das ist hier irgendwo. Das ist hier irgendwie nicht am Start, ne? Sichlor, wo bist du? Das einzige verdammt coole Pokemon hier. Achja, das Kapador ist immer noch auf dem Latten hier im Wasser. Wo ist das Scheiß Sichlor? steuerung lauf schneller aus dem weg ich bin ich ich also eigentlich reicht nicht außer da neben dem etwas größeren bereich wenn es nicht da ist dann weiß ich auch nicht holz oh awesome Pantflamm ich will einen Wettstreit mit dir ich möchte noch stärker werden los, lass uns kämpfen na klar dann ran an die Buletten komm, greif mich an das ist ein Spruch, den hätte auch ich bringen können Pantflamm ist auch cool, das ist mit mir Lieblingsfeuerstarter den ich liebe einfach Affen ich bin gleich über den Feuerstarter wow, damit habe ich nicht gerechnet aber auch Pantflamm ist kein Gegner für mich aber ja, ich schaff den Brüssel Junge du bist aber stark aber ich habe gehört in der Magma sohne in rauen Mengen da möchte ich unbedingt mal wenn wir uns dort wieder treffen wenn du es dann schaffst mich zu besiegen stelle ich dir meinen großen Bruder vor boah, der ist den nicht unbedingt okay aber das ist ja trotzdem jetzt nicht das Pokémon, das ich gesucht habe denn ich habe ja Sichlor gesucht aber irgendwie ist das nicht am Start hier hm was ist das scheiß Ding denn hin, das kann ja nicht wahr sein da war es nicht, da war es nicht Moogelbaum ich holz Tja, sicher ich habe keine Ahnung, du wisst deswegen gehe ich jetzt zurück zu dieser Flora ich habe genug Zeit verspendet hier wenn ich mir das ja eigentlich so schnell wie möglich durchbekommen diese scheiße ist oh are you fucking killing me da hinten wie ihr seht verbringe ich anscheinend die meisten zeit ist letztlich damit von b zu rennen und auf die 1 hast auf der remote zu hämmern weil das ding so scheiße langsam das ist mein freund es schlägt zurück und verschämtheit stört ich bin auf der suche nach einem starken gegner genau damit meine ich zum beispiel aber hey immerhin war es tatsächlich ein ansatzweise anspruchsvoller kampf innerhalb dieses spiels vielleicht noch mal fünf du hast wie ein würdiger gegner aber ich muss keine besser an den verschiedenen zonen noch an deinen fähigkeiten nein ich bin hier voll krass ausgeglichen ich kann mich nicht nähern ich hab ja schon fast was von dark souls hier ist wirklich gut lass mich dein freund werden nach jemanden wie dir habe ich schon lange gesucht suchst du noch starken pokémon versuch versuch mal in der strengen zu ok so und jetzt aber schnurstracks zu dem eunuchen visaflor das visaflor muss irgendwie neunhoop sein und hätte es nicht so eine hölle stimme das geht gar nicht anders glaubt schneller ja mann jetzt gibt's die vier was sagst du da du hast die blumke und habita ach ja ich wollte das ja anstellen was sagst du da du hast die blumke und habita gesiegt na gut ich will dich nie wieder dabei erwischen wie du an einem spiel teilnimmst nein mal das ist einfach nicht richtig die pokémon hier brennen richtig darauf um den spielen teilnehmen zu dürfen und und wofür ist überhaupt dieses viel zu strengen gesetzt dass keiner die grünzone verlassen darf gute frage warum kannst du uns nicht einfach spaß können nicht diesen ton bitte ich will euch sagen warum ich euch nicht erlaube an meine spieltein zu nehmen und in die andere zogen zu betreten weil es zu gefährlich ist deshalb ihr bleibt also gefährlich hier und haltet euch an meiner reden ich habe diesen typen langsam sass los pikachu zeigen wir ihm dass wir zusammen jedes spiel meistern und dabei ohne ende spaß haben können so so du möchtest dich also an meinem spiel versuchen das könnte ja interessant werden wenn du den lianen hoppen meisterst dann ändere ich die regen in dieser tonne wenn du es schaffst hebe ich das spielverlust auf und gebe den pokémon äh gebe den weg zum treffen willst du für fünf bären ab ja natürlich musst du dich auch noch bezahlen oder was in ordnung dann möge der lianen hoppen beginnen schaukel deine lianen und springe so weit du kannst um rekorde zu klacken halte die lianen aufrecht und schwinge sie wie abgebildet aha will an fahrt nehmen und deine bewegung an die lianen anpassen ok ah ok dann springe so weit ab ok dann springen wir hin ok dann springen wir hin warum auch immer dass das mini spiel von dieser flor ist wenn ich denke nicht dass dieser flor äh 33 nur noch muss ich nicht mehr schaffen äh ok hab ich es geschafft oder nicht Warum ist das eigentlich dieser Flores Spiel, denn ich bezweifle, dass dieser Flore jemals mit seinem fetten Arsch an dieser Lyane hinkt. Das bezweifle ich doch sehr. 52, geht doch. Warum ist die Bonusleistung unter der Mindestleistung? Das gibt doch keinen Sinn. Aber gut, vieles ergibt in diesem Spiel keinen Sinn. Ja, könnt ihr jetzt auch... Könnt ihr jetzt bitte auch noch zu freuen hier. Geht mir auf den Sack, ey. Ja, Visa Flo ist total froh, dass er die Regeln gebrochen wurden und er jetzt hier voll nichts mehr zu sagen hat. Wieser Flo. Unglaubt. Unglaublich, du hast das echt gesehen. Lyane wird gemeistert. Dann halte ich mein Versprechen, du darfst in jeder Zeit an meinen Spiel handeln. Ich lasse jetzt das Tor zum Kraftamt öffnen. Komm schon, Visa Flo, wovor hast du eigentlich Angst? Die Pokémon der Grundzone sind nicht so schwach, dass du solche Angst um sie haben musst. Hast du nicht die strahlenden Gesichter von Pikachu und seinen Freunden gesehen? Du sagtest, hat es doch auch jede Menge Spaß dabei, oder? Tief in dir drin weißt du, dass ich recht habe, nicht? Visa Flo. Du überwegst ja auf ganz dünnem Eis, Freundchen. Aber du hast ja recht. Ja, was ist das für ein Scheiß? Oh Mann, ey. Ich brauche einen Moment. Ihr habt euch völlig furchtlos in meinem Spiel gestürzt und dabei sogar nach unten entwegt gelacht. Ja, euer Mut hat mir bewiesen, dass ich mir euch vertrauen kann. Ich werde mir besprochen, wie versprochen, das Totten-Treffen öffnen lassen und mein Spiel für die Öffentlichkeit freien. Oh, und das ist für den Pikachu. Das ist der Beweis dafür, dass du die Lianen ab gemeistert hast. Ja, so wieder so ein Prismensplitter, der irgendwie über das Schicksal der Welt entscheidet. Und nun höre zu, höre mir zu Pikachu. Ich habe das Totten-Treffen nicht etwa grundlos geschlossen. Kennst du Empolion, den Meister der Stranken, Eiszone und Logok? Bin Meister der Höhlen und Magma-Sohne? Wir haben uns gestritten, weil wir unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft des Poképarts hatten. Ich schloss das Tor nur, um die Gründer vor ihnen zu schlossen. Doch nun möchte ich mich wieder mit den beiden versöhnen. Bitte gib dich in die Zonen über die Empolien und Logoklappen und setzen sie darüber in Kenntnis. Hilf mir dabei, den Poképart wieder zu verarbeiten. Wahnsinn, Pikachu! Das ist eine echt wichtige Aufgabe! Das wird ein richtiges Abenteuer. Dann wollen wir doch mal sehen. Was hat das wohl mit diesem berufberüchtigen Treffpunkt auf sich? Du findest ihn, wenn du diesen Ort verlässt und dich da allerdings hältst. Ich sehe mich, du hast schon mal um, hm? Nein, nein, kein Grund zu einigen, Pikachu. Nur so ruhig die Gelegenheit, um hier den Gründer zu nur noch ein paar Freundschaften zu schließen. Nein, ich möchte so schnell es geht hier weg, damit ich das so schnell wie möglich beenden kann. So, fuck off! Warum? Ich kann mich doch einfach aufzufragen. Sorry, war gar nicht meine Absicht. Was eigentlich so? So, und jetzt kann ich hier hoffentlich endlich mich verpissen, oder? Wow! Woher denn her? Hoffentlich hat er eine dunkle Stimme. Schalter! Warum haben diese riesigen Mega-Dinosaurier-Pokémon so helle Stimmen? Was stimmt denn nicht mit denen? Du bist derjenige, der Visaflors Herz erweicht an so viel frischen Wind in der Grünzonne geworfen hat, habe ich recht. Ich hoffe echt, dass sich Pisa-Flo im Podium und Logok irgendwann wieder versöhnen werden. Was ist? Willst du vielleicht wie wir kämpfen? Na klar. Dann zeig mal, was du brauchst hast. Dein Donner ist zeigt bei mir übrigens keine Wirkung. Schlapp dir das hinter die Ohren. In Pokébox sind auch Poké unterwegs, die gegen deine Elektro-Attacken immun sind. Ah, das ist aber tatsächlich ein nettes Teil. Ich hätte nicht gedacht, dass die daran denken. Ich bin auch in der Tat. das gefällt mir kumpel ich bin immer zur stelle wenn du irgendwas brauchst shelter ist jetzt ein fackbar die ab in die nächste zone hier hast du nicht auch manchmal lust deine umgebung einfach mal ganz genau auf der luft zu betrachten ich als star an die show du kannst fliegen du bist denkst du bist du dich auf dem bildschirm und drückst b siehst du deine umgebung in deiner kamera und die fernmedienung wahrgerecht und drücke b um den beruf wieder zu beenden mal direkt ausprobieren irgendwie funktioniert das nicht kann das sein voll first person kranker scheiß oder auch nicht endlich weg hier ja man ein baumhaus das erinnert mich an ich habe gehört dass du alle probleme der grundschule gelöst hast du bist nicht ein superstar ich muss ja was sagen ich habe dann die mir auch ein pokalbum gegeben das ist ein erster buch der treffung findet sich in der mitte des punkte parks ist eine höchste gelangst in die verschiedenen zonen der treffung ist auch ein ort wo du sag doch trifft cp die raumfugier und elektrik schnell mal hallo wie wenn ihr von anhelden ich habe ein album geschenkt bekommen dann werden eigentlich die namen aufgeführt mit dem man sich angefreundet hat aber für wittstreiter habe ich ehrlich gesagt kein großteil also habe ich etwas nachgedacht ist die großen baum dort darf auch mal hier und damit begonnen einen baumhaus zu bauen ich möchte die bauarbeiten daran gerne abschließen und alle unsere freunde dort einladen was hältst du von der idee ja und sich nicht verkehrt ne so was ich sagen wollte elektrik ist auch ganz gut wenn ich hey wenn du auf stärke aus bist bist du bei mir gold richtig für nur ein paar bären trainiere ich deinen donnerblick mit dir später werden sich außerdem noch einige meiner kollegen hier haben ein bestimmtes spezialgebiet das ziel bereits in jedem gewinnen und das herzubringen meine kollegen und ich haben nur eins zu trainieren die bereits sind ein wenig die sichtbar die untertankend von biebierke besser werden willst ja ja richtig gezeigt die katze hat sich die karte hat sich einfach in die hose gekackt und der stadt daneben und das war es jetzt fühlst du dich gleich schlauer was ich habe auch ein elektro schist gemacht okay cool doch aber das hat sich dann ich meine krebschor krebschor er ist voll gehypt auf sich selbst glaube ich wollen sind ein paar pokémon aus grün und höhlenzone in die strandzone gekommen das können sie ruhig öfter machen krebschor er ist voll von sich überzeugt so dass ein traumfugil willkommen in meinem foto schießen kann schießen doch mal ein foto gröken minus auf einem foto schießen und so wenig um eine schnappschuss ausgefährdung meinst du kannst du dich gleich mit abliegen lassen zusammen mit der von der kapasse reposieren und zwar richtig schon für kb cool cool ja ok ja ja ich mache natürlich ein foto von mir mein body krebschor hast du aus halblich das war nicht halblich genug wir beide sind jetzt homies dass du eine beschissene stimme mit diesen typen aus dem grüßen und freunde sagst du dann darfst du dich oder darfst du nicht durch das tor oder mobb der mich ja ja weißt du was okay dann muss ich mir wohl irgendwie anders ich soll das tor für die öffnen die gegend dahinter ist völlig anders als alles also kleiner abenteurer ich habe von deinen hellen taten gehört vielen dank dass die punkte jetzt kann ich endlich auch wieder ein geschäft das ist sinnvoll wirklich denn wir haben ja gesehen dass die offensichtlichkeit nicht so krass ist es ist verboten dieses tor zu durchschreiten es geht hier um deine eigene sicherheit sagte das tote pokémon das nicht fertig gestellte baum ich denke das ist erstmal genug wieder für ein paar wir haben die anarchie von dieser flor zerschmettert mit einem mini spiel und haben unseren body krebskopf gefunden ich würde sagen das reicht erstmal vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten tag sage ich